Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Vielleicht hat dir eine Person dieses Video geschickt, der du zugesagt hast, Feedback für zum Beispiel ein selbst komponiertes Lied zu geben. Und weil es viele Menschen gibt, die immer so ein bisschen unsicher sind, wie man jetzt Feedback geben soll, habe ich dieses Video gemacht. Aber legen wir doch einfach mal los. Ich bin hier unten rechts, der Sprecher, und die Person, die dir das Video geschickt hat, hat vielleicht etwas in diesem Video verarbeitet, irgendwelche Erfahrungen, oder hat einfach nur wirklich, wirklich viel Zeit in das Video, in das Video, in das Musikstück gesteckt und ziemlich viel Herzblut reingesteckt und hat dich gefragt, ob du Feedback geben möchtest. Und du hast gesagt, ja, natürlich möchte ich Feedback geben. Und jetzt liegt natürlich der Stein bei dir. Und was sollst du machen? Und da habe ich einfach jetzt so ein paar Regeln zusammengetackert, an denen kann man sich entlanghangeln, wenn man möchte, einfach so ein bisschen als Leitfaden. Legen wir doch einfach mal los. Und zwar diese drei Regeln sind, Geschmack zählt nicht. Wenn du jetzt als Feedback geben würdest, das Musikschon ist scheiße, bringt das niemandem irgendetwas, hat keinen Sinn, also lassen wir das am besten gleich. Dann kommen wir gleich zur Regel 2. Wie sage ich es? Beschreibe, was du hörst oder siehst, was du hörst. Bewerte so wenig, wie es geht. Also bewerte nicht das Stück, wenn, dann bewerte das, was du erzählst. Und dann sind wir nämlich schon beim dritten Punkt. So schnell geht das. Und zwar, das eigentliche Feedback ist, was fällt mir auf? Das kann sein in einem Stück. Zum Beispiel, am Anfang des Stücks spielt ein Saxophon, das finde ich total toll. Die Melodie, die es da spielt. Und dann fängt ein anderer Part an. Und dann hatte ich eigentlich erwartet, das Saxophon kommt wieder. Aber das kam dann nicht mehr. Und ich hätte mir so gewünscht, dass das Saxophon wiederkam. Deshalb habe ich mir das Lied die ganze Zeit von Anfang an, die ersten 15 Sekunden angehört. Oder aber das Saxophon, das am Anfang anfängt, da spielt das komplette Lied durch. Und ich hätte mir mal so zwischendurch eine Pause gewünscht von dem Saxophon, um auch die anderen Instrumente zu hören. Oder es überdeckt den Sänger komplett. Oder das Lied schwankt in der Lautstärke so heftig immer wieder, dass ich am Lautstärkeregler rumdrehen musste. Solche Sachen zum Beispiel. Und was ganz, ganz wichtig ist, was dir auffällt, ist deine Stimmung. Welche Stimmung erzeugt dieses Lied bei dir? Was macht das Lied bei dir? An was erinnert dich das? Bringt dich das zum Tanzen? Beruhigt dich das Lied? Macht es dich aggressiv? Macht es dich traurig? Macht es dich fröhlich? Wenn es dich traurig macht, warum macht es dich traurig? Erinnert dich das vielleicht an irgendeine Situation von früher, an die du dich erinnert fühlst? Und dich macht es traurig, weil diese fröhlichen Zeiten nicht mehr da ist? All diese Eindrücke und auch vielleicht genau auch solche Erklärungen sind für die Person wichtig, die dir dieses Video geschickt hat und der du das Feedback geben möchtest. Und eine Sache noch hätte ich, eine Bitte hätte ich noch zum Schluss. Wenn du jemandem zusagst, ein Feedback zu geben, dann bitte, 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 sag mehr als nur ein Wort oder zwei, drei Worte, wie, ja, hast du gut gemacht, mach weiter, hoffentlich wird das nächste auch so, irgendwie sowas in der Richtung. Bitte beschreibe ein bisschen. Da öffnet sich eine Person dir gegenüber. Für manche Person ist das jetzt nicht so wahnsinnig wild, für manche ist das ganz, ganz schwer, wenn sie solche persönlichen Dinge jemandem anders zeigen. Und da sollte man auch mit dem entsprechenden Respekt auf diese Person zukommen und das auch so behandeln und auch das im Hinterkopf haben, dass da jemand ist, der einem, mal völlig übertrieben gesagt, das Herz auf Händen zeigt und man jetzt nicht unbedingt drauf rumtrampelt. Ganz, ganz wichtig. Bei vielen Menschen ist das ein ganz, ganz großes Problem, weshalb sie viele ihrer Dinge nicht anderen Menschen zeigen, weil sie einfach Angst davor haben, dass diese drauf rumtrampeln. Und vielleicht noch ein, doch noch einen kleinen technischen, kleinen technischen Ideen, vielleicht, wenn du Ideen zu dem Song hast, kannst du sie, kannst du natürlich sagen, du sagst, Mensch, und dann ist mir aufgefallen und da könnte man doch vielleicht irgendwie noch, aber gib keine Arbeitsanweisung. Das ist der Song einer anderen Person, die sich dabei etwas gedacht hat und erzähl dieser Person nicht, was sie tun muss. Also keine Arbeitsanweisung ergeben, aber natürlich kannst du deine Ideen dieser anderen Person sagen, vor allem dann, wenn sie danach fragt. Okay, das war es auch schon und danke, dass du mir zugehört hast und dir wünsche ich eine wunderbare Zeit und vielleicht schaust du einfach mal wieder rein. Bis dann. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau.